Du bist mit dem Abnehmen nur so lange erfolgreich, solange du die Kontrolle über dein Leben behältst. Vielleicht bist du gerade, was das Abnehmen angeht, sehr motiviert, um nicht zu sagen schon übermotiviert. Du möchtest richtig durchstarten, alles schön und gut, aber gerade dann solltest du besonders vorsichtig sein. Hallo und willkommen zu Primal Eistel, ich bin Ovi, dein Primal Coach. Worauf möchte ich nun eigentlich hinaus? Abnehmen ist meistens eher ein langfristiger Prozess. Also du solltest es dann eher als einen Marathon und nicht als einen Sprint betrachten. Aus meiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Übergewichtigen weiß ich, dass viele am Anfang, natürlich, weil sie ja sehr motiviert sind, etwas zu schnell losstarten. Sie nehmen sich sehr viel Zeit für das Training, sie gehen nicht zweimal in der Woche trainieren, sondern sechsmal öfters. Sie bauen auch sehr viele Kardioinheiten mit ein. Sie nehmen sich viel Zeit für eine gesunde Ernährung, was ja alles gut ist. Okay, ich will da gar nicht dagegen reden. Aber allmählich verlieren sie dann die Kontrolle über den eigenen Alltag. Beispiele dafür wären, im Beruf hinkt man etwas hinterher, man ist oft unkonzentriert, man kann seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erledigen. Das alles bedingt durch ein vielleicht einfach nur ein starkes Kaloriendefizit. Man ist da einfach körperlich auch ständig schlapp oder einfach durch eine Unterzuckerung, weil man auf Low Carb ist. Apropos Low Carb, das macht auch ziemlich schnell mal gesellschaftsuntauglich. Du kennst das, wenn du das mal ausprobiert hast. Wenn du wirklich längere Zeit auf Kohlenhydrate verzichtest, dann bist du leicht reizbar. Dann verstehst du auch keinen Spaß mehr. Dann hast du auch keine Lust mehr, dich mit Freunden zu treffen. Du isolierst dich teilweise. Es kann dann wirklich sein, dass du dich einfach generell von Menschen fernhältst. Man sieht zwar dann schon die ersten Abnehmerfolge, aber langsam aber sicher bahnen sich die ersten Probleme, die ersten Konflikte an. Es kann sein, dass du gewisse Dinge versäumt hast. Du hast dein Auto nicht rechtzeitig in die Werkstatt gebracht oder du hast einfach deine Wohnung längere Zeit nicht geputzt. Du hast dich mit Familienmitgliedern, mit Freunden lange Zeit nicht getroffen und die melden sich bei dir immer wieder. Gewisse Dinge, die für dich vorher alltäglich waren, vor allem auch gewisse Aufgaben, werden dann schon langsam für dich dringlich und notwendig. Und du denkst dir dann vielleicht, naja, egal, wenn mal gewisse Dinge auf der Strecke bleiben. Hauptsache, du hast abgenommen, oder? Und plötzlich zeigt die Waage nur drei Kilo weniger an. Drei Kilo, nicht mehr. Und auf einmal realisierst du, dass die erbrachten Opfer dem schwachen Ergebnis von nur drei Kilo gar nicht so richtig im Verhältnis stehen. Und plötzlich möchtest du dein altes Leben wieder aufnehmen. Du möchtest dich wieder mehr mit Freunden treffen. Du möchtest wieder auch mal was essen, das dir ein bisschen besser schmeckt. Was auch immer. Und es kann dann einfach sein, dass du deinen jetzigen Abnehmprozess einfach abbrichst. Und damit dir das nicht passiert, solltest du drei Dinge beachten. Erstens, sprinte nicht gleich weg. Starte mit etwas weniger Elan, sage ich jetzt mal. Nimm dir etwas weniger vor. Geh vielleicht nur dreimal in der Woche trainieren. Und wenn du da wirklich mal Zeit hast, kannst du ein viertes Mal auch gehen. Du musst die Ernährung nicht von heute auf morgen perfektionieren. Fange mit kleinen Schritten an. Mach so Babyschritte. Weil du weißt, dass dein Alltag sich irgendwann mal melden wird. Und dass das, was du jetzt gerade vorhast, auf Dauer nicht möglich sein wird. Also das, wie du startest, das sollte auch später möglich sein. Wenn sich die ersten Konflikte melden, wenn sich der Alltag wieder meldet. Nummer zwei. Setze dir die richtigen Rahmenbedingungen. Damit dich dein Alltag in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten nicht überrollt, solltest du dir von Anfang an ein paar Rahmenbedingungen setzen. Du solltest vorbeugend arbeiten. Du weißt, dass irgendwann mal alles ein bisschen schwieriger wird. Also wenn du zum Beispiel eine stressige Arbeit hast und du weißt, du hast da immer wieder Zeiten, wo du wirklich sehr viel machen musst. Wo du vielleicht eine gewisse Bräute betreuen musst und dir ist aber das Abnehmen sehr wichtig und du möchtest hier deinen Fokus drauflegen. Dann versuch, wenn möglich, hier in der Arbeit einen gewissen Kompromiss zu finden, wo du wirklich sagst, okay, die nächsten sechs Monate arbeite ich vielleicht ein bisschen weniger. Ich mache keine 50 Stunden mehr in der Woche, sondern nur noch 40. Ich gehe um 6 Uhr abends pünktlich nach Hause. Einfach nur, damit es gar nicht so weit kommt, dass du hier irgendwann mal überfordert bist und da deinen Atemprozess abbrichst. So und drittens, jetzt sind wir wieder am Anfang. Behalte weiterhin die Kontrolle über dein Leben. Es werden bestimmte Probleme auftauchen. Und garantiert, das kann ich dir jetzt sagen, du weißt, dass hier irgendwas ist immer, irgendwas passiert immer und es wird nie langweilig. Irgendwo gibt es immer Probleme, irgendwas zum Lösen, weil du ja weißt, dass hier was passieren wird. Und wenn sich da schon was anbahnt und es stapeln sich die Rechnungen oder was auch immer, lass nicht zu, dass es zu einem Punkt kommt, wo du dann dich vielleicht zwischen dem Abnehmen und der anderen Sache entscheiden musst. Wo deine Probleme so dringend werden, dass du vorübergehend aufs Abnehmen verzichten musst, weil das sowieso jetzt nicht mehr vereinbar ist. Und wer weiß, ob du dann vielleicht wirklich nur ein, zwei Wochen pausierst oder ob du dann komplett abbrichst. Wer weiß, was du alles für ein Blödsinn in den ein, zwei Wochen ist. Also reagiere rechtzeitig auf Probleme und behalte einfach die Kontrolle über dein Leben. Wenn du diese drei Dinge beachtest, dann klappt das auch mit dem langfristigen Abnehmen und es kommt nicht oder nicht so schnell zu bösen Überraschungen, die dich dann in deinem Abnehmen-Prozess aus der Bahn werfen können. Das war es zu den heutigen Tipps. Ich hoffe, die können dir weiterhelfen. Wenn ja, dann schreib mir doch einen netten Kommentar. Ich freue mich auch über ein Like, über ein Abo, wenn du neu hier bist. Es geht hier auf meinem Kanal sehr viel um das Thema Abnehmen, das wirst du schon sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.